Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Freunde, wie immer freut es mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt im heutigen Video. Was haben wir eigentlich? Wir haben einige Themen zu bearbeiten. Wir werden BUSD nehmen, da werden wir auch nochmal so ein bisschen ein Stück weiter reingehen und gucken, welche Auswirkungen das eigentlich auf dem Kryptomarkt hat. Wir sehen gerade aktuell auch, dass der Kryptomarkt so ein bisschen sich wieder beruhigt hat. Dass dieser ganze, ich sag mal, dieser Schockmoment, der uns gestern alle heimgesucht hat, so ein bisschen in eine entspanntere Richtung geht. Das werden wir uns auch noch anschauen. Wir werden auch gucken, was hat Quant eigentlich damit zu tun? Und was hat die Arabische Emirate damit zu tun? Ich glaube, also es ist wirklich nur eine Sache, die ich jetzt vermute. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Und all diese Themen werden wir im heutigen Video bearbeiten. Wie immer wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Und wenn du noch nicht abonniert bist, tu es gerne, supportet mich und auch meinen Kanal. Ich mache dieses Video heute im Stehen, weil ich kann einfach nicht mehr sitzen. Ja, okay. Das wichtigste Thema vorweg. Ich habe gestern ein Video veröffentlicht. In diesem Video habe ich meine fünf besten CK Rollup Coins vorgestellt. Und generell habe ich auch ein Stück weit das Thema CK Rollup nochmal in Angriff genommen, weil ich glaube, ja, 2023 wird genau dieses Thema für sehr, sehr viel Interesse sorgen. Das sieht man jetzt schon anhand der Onchain-Daten. Aber eine ganz, ganz wichtige Sache muss ich nochmal ansprechen. Denn Leute, ich lese ja eure Kommentare und ich sehe, dass sehr, sehr viele Kommentare darauf aus waren, dass sie dachten, dass dieses Video mittels einer KI erstellt wurde. Vorweg möchte ich dazu sagen, dass die Stimme, die ihr jetzt hört, nicht die gleiche Stimme ist wie im Video. Ganz klar. Weil man sich natürlich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Wert auf die Betonung legt. Deswegen hört sich das ein bisschen KI-mäßig an. Aber ich kann euch versprechen, Freunde, es gibt kein KI-Bot, der solche Videos mit einer menschlichen Stimme sprechen kann. Und eins möchte ich vorweg sagen, ich habe viele Jahre auch in meinem Leben in einem Callcenter gearbeitet. Und da weiß man einfach, wie man mit der Stimme spielen sollte. Und auch wichtige, komplexe Themen auch in der Kryptosphäre an die einzelnen Communities mit heranträgt. Deswegen, dieses Video ist kein KI-Bot. Das vorweg. Schauen wir uns mal Bitcoin an. Bitcoin bewegt sich aktuell auf 21.829. Dieser kleinere Schreck ist ein bisschen überstanden. Ja, viele sind zuversichtlich. Viele Investoren steigen wieder ein. Der Fear and Greed Index ist ein bisschen gesunken. Denn auch der Markt zeigt sich gerade von einer sehr, sehr guten Seite. Wir sehen XRPL fast 1% gestiegen. Auch BNB lag gestern noch bei 288 Dollar. Und all das sieht erstmal soweit gut aus. Dennoch möchte ich darauf nicht vertrauen. Wir sind alle Kryptoinvestoren. Wir müssen gucken, wie wir diese Daten für uns auch verarbeiten. Und ich hatte gestern dazu nochmal einen Tweet veröffentlicht. In diesem Tweet hieß es, dass Gensler, Gary Gensler, auch im FTX-Crash wenig unternommen hat. Aber jetzt auf Staking und BUSD eingeht. Und wie es natürlich sein kann, dass USDP und USDC nicht als Wertpapier angesehen werden. Und das scheint mir so ein bisschen ein Manöver zu sein, um die Präsenz von Binance so ein Stück weit, die Dominanz von Binance eher, ein Stück weit aus dem Markt zu nehmen. Ich glaube, das hat irgendwie Gründe. Gründe, die wir jetzt im Video auch eingehen werden. Mit dem gestrigen Tag Net Asset sehr, sehr viel Geld aus Binance herausgeflossen ist. Und das zeigt mir natürlich, dass viele Investoren so ein Stück weit merken, auch mit dem FTX-Crash, dass zentralisierte Börsen gar nicht cool sind. Und dezentralisierte Börsen viel, viel cooler sind. Und natürlich auch ein Ledger viel cooler ist. Und ein Must-Have im Kryptobereich. Ich werde dir hier oben einen Link verlinken. Da kannst du einen Ledger kaufen, wenn du noch keins hast. Sorry, Leute, ich brauche gerade die Kohle. Und wir werden mal auf eine Sache eingehen. Es geht nämlich um die Arabische Emirate. Eins müssen wir tatsächlich verstehen. Es war in der Vergangenheit immer wieder so, dass Amerika sich etwas genommen hat, bevor die Konkurrenz es genommen hat. Und wenn wir jetzt auf CBDCs schauen, dann könnte man so ein bisschen kausal diesen Zusammenhang erkennen. Denn die Vereinigten Arabischen Emirate planen die Herausgabe eines CBDCs zur Förderung der digitalen Zahlung. Leute, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Denn der Ölpreis ist an den US-Dollar gekoppelt. Es haben schon oftmals Länder versucht, den Ölpreis selber nicht an den Dollar zu koppeln, sondern andere Heimatwährungen zu nutzen. Ich meine, wer viele Bücher liest, der wird auch verstehen, was das bedeutet. Und jemand, der den Dollar kontrolliert und somit auch den Ölpreis mittels dem Dollar bezahlt, der hat die Macht. Der hat die Macht. Und eine Sache muss ich vorweg sagen, dass wenn Amerika es nicht geschafft hätte, den Ölpreis an den US-Dollar zu binden, wäre Amerika schon längst pleite gewesen. Das könnt ihr in allen Wirtschaftsjournals mal nachschlagen. Es ist wahr. Und das gleiche Prinzip können wir auch bei CBDCs auch so ein bisschen sehen. Denn CBDCs ist quasi die digitale Zahlungen. Und wenn CBDCs auch legalisiert werden und das auch so ein Stück weit Einklang in der Weltwirtschaft auch nimmt, womit wir überall auch konfrontiert werden, auch Big Player wie Ölfirmen konfrontiert werden, dann kann es sein, dass auch CBDCs für physische Güter mitbezahlt werden können. Weil es ist ja eine Zentralbankwährung. Und jemand, der die CBDCs zuerst herausbringt, der kontrolliert sie auch. Und das ist für Amerika, für die Weltwirtschaft überaus profitabel, zuerst oder derjenige zu sein, der natürlich zuerst die CBDCs rausbringt. Deswegen glaube ich schon, dass auch diese Nachrichten so ein Stück weit diesen Manöver entfachen, die wir jetzt gestern gesehen haben, wie mit dem BOSD. Natürlich ist es ja überaus wichtig, irgendwie will ja Amerika trotzdem der Erste sein, der CBDCs rausbringt. Aber was passiert, wenn eine arabische Emirate da kommt und sagt, wir haben es zuerst eingeführt, dann sieht das nicht gut aus für Amerika, für eine Weltwirtschaftsmacht. Deswegen bin ich eigentlich, ja, könnte man eigentlich schon sagen, dass die Einführung oder dieser Manöver, den wir gestern auf BOSD gesehen haben, so ein bisschen, ja, diese trügerische Manöver war, um generell Krypto, das Vertrauen von Stablecoins zu destabilisieren, um, wenn man CBDCs einführt, dass die Leute dann darauf hingehen. Denn CBDCs steht und fällt natürlich mit der Nutzung. Das müssen wir auch klar sagen. Und für mich auch an dieser Stelle, jetzt, was hat Quant damit eigentlich zu tun? Für mich an dieser Stelle ist weiterhin Quant für mich ein Pionier, wenn es um CBDCs geht, wenn es um Tokenisierungen geht und auch Quant mittels Oracle, mittels HSBC, mittels anderen Partnern auch die Legalität von CBDCs und auch die Implementierung auch von CBDCs hat, ist für mich meiner Meinung nach ein Gigant in dem Bereich. Denn jemand, der die CBDCs mit kontrolliert, der wird letzten Endes sehr, sehr erfolgreich sein. Das ist jetzt nur eine Annahme meinerseits. Aber generell ist ja dieses Konzept CBDCs, kannst du gerne mal durchlesen, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wird Krypto auch definitiv prägen. Das muss ich auch an dieser Stelle sagen. Und an diesem Punkt, ja, ist natürlich auch mal deine Meinung gefragt, wie du das Ganze siehst. Aber eine freudige Nachricht haben wir dennoch im, ja, in der Welt von vielen, vielen Schockmomenten, wo man einfach nicht weiß, wohin der Weg jetzt hingeht, haben wir mit Stand von vorgestern, das muss ich auch sagen vorgestern, haben allmählich die Dominanz der Wale abgenommen. Und diese Dominanz der Wale verteilt sich jetzt auf den Mittelstand quasi auf. Und jemand, der wenig Dominanz im Bitcoin hat, ist natürlich für uns alle viel, viel besser, weil einfach dadurch nicht die Kurse so volatil sind. Und in dem Punkt ist das nämlich auch eine gute Nachricht, die ich mit dir gerne teilen wollen würde. Denn gestern konnte ich es leider nicht, wollte ich eigentlich in Angriff nehmen. Aber ihr wisst ja, BOSD und, und, und. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese alle Kommentare. Und nein, ich bin immer noch kein KI-Bot. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderbaren Dienstag. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen Abend wieder. Und bis dahin bedanke ich mich. Mach's gut. Ciao, ciao.